Einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns hier im wunderschönen Bartolfelde. Es ist wichtig, dass ich das immer wiederhole. Und wir gehen eine kleine Runde mit den Hunden. Zu den Westersteinen. Zu den Westersteinen, sagt Silke. Ich lasse mich überraschen. Mit Ghana und Mira. Ich bin ja, Mira. Kannst du so ein Ding sehen? Ja, Mira, warum muss man denn nehmen? Nee, ist nur mitten im Wald. Ah, das ist so ein Felsmassiv. Ja, das sind die Westersteine. Ja, Mira. Ja, Mira. Sehr cool. Hier sind also kleine Nischen. Hier liegt sogar Brennholz. Eine kleine Feuerstelle. Und hier machen wir uns jetzt erstmal einen Kaffee. Wir können natürlich auch da oben hochgucken, wo die Sonne scheint. Wir können auch da hochgucken, wo die Sonne scheint. Okay, wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir können auch da hochgucken, wo die Sonne scheint. Ja, wir werden noch ein bisschen mehrimanieren. Wir können ja auch schon gleich mal schauen. Aber das ist gar nicht겼. Ja, genau. Ja, genau. Wir können uns doch bitte da machen. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, wo wir lang müssen. Da lang oder da lang? Ich schätze da lang. Also es geht sowohl als auch. Der andere Weg geht aus dem Wald raus. Wir gehen aber weiter durch den Wald durch. Das ist jetzt die andere Seite von den Felsen. Und hier haben wir auch irgendwelche Menschen Shelter gebaut. Mehrere. Sehr schön. Da da. Da da. Ich habe Obelix Hinkelstein gefunden. Den hat er hier vergessen im Wald. Tatsache, da ist er. Ich wusste gar nicht, dass er so groß ist. Eigentlich sieht er aus, als wenn er in eine Tropsteinhöhle gehören würde. Ja. Mit diesen. So eine kleine Bank mitten im Wald. Mit ein bisschen Sonne. Hier können wir jetzt unseren Kaffee machen. Jawohl. So. 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 Ja, was machst du denn? Hier ist Spinner. Einer wie der André hier. Spinner. Los, noch mal, los, noch mal, los, noch mal. Wir machen nichts. So, steh mal auf. Stopp. So, jetzt machen wir es mal wieder richtig hier, ne? Für die Bundesautobahn. So, jetzt wollen wir uns el shocks. Let's go! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017